6, 5, 4, Fahrzeuge absetzen, Start rein. So, wir fahren jetzt ganz schnell, die super schnell, man sieht es hier, hier ist Stimmung, hier ist los, los. Hier wird sich jetzt zeigen, wer wird von diesen Expertfahrern ab ins Finale steigen. Hier wird hart gekämpft. Das sind wirklich die schnellsten der schnellen. Achtung, und da haben wir schon den ersten Aushalt vorsichtig. Das Fahrzeug muss wieder zurück in die Boxenkasse, um zu präparieren zu werden. Hier sollte wieder gestartet werden, weil es nur einfach ausgegangen wird. Wir fahren Halbfinale, wie der Expertfahrer, über 20 Minuten. Und wie gesagt, jeder der Spaß hier dabei hat, hat das Zuschauen, kann gerne in drei Wochen hier nochmal vorbeikommen. Und das Fahrzeug ist ein bisschen größer. Das ist ein bisschen größer. Das Fahrzeug ist ein bisschen mäßiger aus. Und es geht aber trotzdem mit genauso viel Spitz und Spannungszug, ist einfach nur eine andere Fahrzeugklasse. Würden wir uns freuen, wenn wir Sie wieder herzlich begrüßen dürfen. Und hoffen wir auch, dass der Petrus das da oben mit uns gut war. Und das schönes Wetter hat er in der Welt verdient, hier auf seiner schönen neuen Bahn. Ja, 20 Minuten Fahrzeit haben wir hier. Jetzt noch davor sind noch 18 Minuten. Und jetzt muss ich die Platzwaffe reinstellen. Und das ist die Nummer 73, der Selbstbeschränkung, der nicht schon selber weiterfährt. Dann wird für den Spitzenfahrer gefolgt. mit der von Hannes Volker, mit der Nummer 14, Martin Arz, der Haumer, Spitzenfahrer, mit der 92 auf Platz 3, Warwick Helmut Stich, mit der 108 auf Platz 4, Rheinbauer, mit der Startnummer 11 auf Platz 9, Andreas Glück, mit der Startnummer 78 auf 6, Robert Hart, mit der 13 auf 7, Michael Wächter, mit der 38 auf 8, Uwe Staudacher, mit der 57 auf 9, und Dominik Lacker, mit der 95 auf 10. 8, Michael Wächter, mit der 38 auf 10. Vielen Dank an meine Gäste, wir haben hier eine Ruhe für die Götung, die jungen Damen und Herren, mit den Holzhäustchen und werden euch gerne mit Kaffee gucken und allen anderen Weckereien. Wir haben hier eine Ruhe für die Götung, die wir haben hier in der ersten Kaffee, die wir haben hier in der ersten Kaffee, die wir haben hier in der ersten Kaffee.